Herzlich Willkommen zu einer und der reizesten Folge Space Explorations mit Tiefkühlpizza Hawaii. Warum jetzt auf einmal Hawaii? Weil ich Bock auf Hawaii habe. Wer ist bitter Ananas auf Pizza? Schön ist, ich pinke mir gerade selber ans Bein. Ups. Jetzt redet er nicht mehr mit mir oder wie? Moment, Moment. Ich muss gerade noch meine Tiefkühlpizza essen oder was wird das? Anscheinend. Nein, 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 Moment. Sag mal, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass wenn ich eine Schmelze von da nach da kopiere den Teil, dass es genau auf derselben Höhe ist? Ohne das vorher geguckt zu haben, glaube ich eigentlich, dachte ich. Also erstmal ist es nicht auf derselben Höhe, sondern die linke schmelzt einen tiefer als die rechte, aber okay. Ja, aber das ist dafür, dass ich trotzdem nicht geguckt habe, trotzdem relativ gleich, oder nicht? Es war nicht geplant, formuliert so. Geht besser. Ich weiß nicht, was ich hier auch noch holen wollte. Ich liebe es, wenn ich immer die Hälfte vergesse bei Sache holen, ne? Oh. Ja. Die 3 FPS hätte ich genau wieder zurück, danke. Mir ist ja gerade noch was eingefangen, was ich passe vergessen hätte. Ah, du da. Haben wir davon 100? Wir haben 100 davon. Wunderbar. Dann nehme ich doch mal 100 mit. Ah, du da. Also ich habe inzwischen sechs Raumkapseln, neun Frachtkapseln und äh... Ich suche noch. Wo sind denn die anderen? Wie heißen denn die? Da. 228 Frachtraketenbauteile. Super. Das heißt, ich kann sagen, ich schreibe zwei Raketen schicken. 416 Frachtraketenbauteile. Also es ist doppelt so viele Raketen, die ich zu dir schicken lassen würde. 13 Raumkapseln. Ja, merkt man daran auch, ja. Hm. Jo. 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 Hä! Ich hoffe, du kommst an hier. Das wäre echt megalein. ich habe gewissen oder ganz grenzen ich hatte ganz viele kreier das ist ihre panik ich ziehe nichts mehr das ist doch schön Komm, 12 noch, 10 noch, 8 noch, 8 noch, 8 noch, immer noch 8 noch, immer noch 8 noch, 4 noch, 4 bitte, 4, 4, 4, 4 bitte. Das ist die roten, dass ich verflogen mache. 2 noch, 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 3 noch, 3 noch, 3 noch, 3 noch, Könntet ihr bitte da unten mal das Ding jetzt fertig bauen, damit ich da weiterbauen kann und da auch weiterbauen kann. Nicht wirklich ungern. Ich glaube ich habe es vergessen. Das wäre grundsätzlich jetzt sehr schlecht, wie das ich es vergessen hätte. Es ist doch gut, dass du es nicht vergessen hast. Das ist doch gut. Das ist doch gut. Das ist doch gut. Den brauche ich noch. 1 2 3 4 5 6 6. Ist das jetzt einfach der Ehe? Geht das denn? Das will ich nicht. Geht das jetzt? Ja, da hinten kann er aber auch den Wimbo sein. Den holen wir auch nicht. Wer kann ran, wer kann ran, wer kann ran, wer kann ran. Gucken wir mal an diese ganze Anlage, dass wir die kopieren können. Gucken wir mal an. 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 und dann war der festbrennstoff wo bist du auch der festbrennstoff ist voll leicht doof ich wundere warum schwebt es aber nicht voll ist interessant das ist alles ein rechner weißt du es liegt nicht am autosay hier die hier 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 Eigentlich hatte ich ja die Hoffnung, dass ich irgendwie mehr verbrauche an Zeug, aber irgendwie wird das aktuell so sein, dass ich gefühlt nichts verbrauchen werde, weil ich nichts habe, was ich dauerhaft brauche. Schade. Naja, was brauche ich denn hier oben aktuell dauerhaft nichts? Na gut, das ist richtig. Das ist ja bei mir ähnlich. Wenn ich jetzt hier irgendwo anfangen würde, einen festen Verbraucher reinzubasteln. Dann würde das Ganze hier deutlich besser funktionieren, ja. Alles okay? Ja. Oder weil da noch Obst du oben steht. Oh, schön. Ups. Verziehst du, ne? Alles klar, danke. Ciao. Hast du die Haustür aufgelassen oder was? Oh Mann. Ja, ich habe meine Haustür aufgelassen. Okay. Warum? Vergesslich. Hast du nur ans Essen gedacht. Ja, wahrscheinlich. Aber schön, dass ich meine Nachbarn Gedanken mache. Immerhin noch mal. Ich habe ihn vermissen am Ende. Nu. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Oh, ja. Nicht nur Komponenten, Eisen. Mustert. Ausgang voll. Der Beton ist voll. Was ist das super? Um, 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 um. Um. Was machst du da oben schon wieder? Warum ruckelt das? Ich stehe hier und mache gar nichts gerade, aber ok. Dann wäre es super, dass das Spiel trotzdem ruckelt. Oder mal ein Internet. Die Option gibt es ja auch immer. Immerhin hole ich jetzt endlich mal, äh, Eisenplatten das erste Mal ab. Ok, was machst du damit? Öl. Helga, Felix. Damit kann ich aber schmelze Eisenplatten endlich mal von meiner Liste streichen. Ah, ich muss jetzt mal gucken, wie ich das jetzt hier, fand ich jetzt mal wieder hab. Ich muss bloß und mich da hin. Äh, wenn ich lose. Und dann habe ich alles in dem anderen Mal, was ich leerier. Und dann kam ich auf das, was ich alles beschäftige. Ich war es nicht so, ich denke. Ich wurde das ganze Zeit so. Ich bin nicht so, ich dachte, man. Und dann bin ich nach. Und dann bin ich nicht so, ich bin ein paar Jahre, die ganze Zeit ist ein paar Jahre sein. ich frage mich warum und wo zum geier ich losen stromisten brauche aber okay ich will nicht weiter bauen eigentlich nicht Das war's für heute. wo ist denn jetzt hier es kommt hier hinten bei der Ölanlage nicht mehr genug Cola an auch gut ja nicht das jetzt hier vorne scheitert du arbeitest nicht mehr weil du hast nicht mehr ach so wie kommt was hier kommt zu wenig kernfragmente offensichtlich du bist tatsächlich zu langsam herrschild tempo 3,6 wieso schaffst du es hier mehr aber zwei dinger gehen nicht ne, zwei Defektverteiler gehen nicht ok ich muss jetzt mal gucken wenn ich dieses Erz abbaue ne ich ist jetzt das Kernerz ne das Buryl Erz zum Beispiel ne das Buryl Erz abbaus dann ja das ist ja dann wirklich 10 mal Buryl was da rauskommt ne wenn du es für im Erzfeld runterholst ist es ein Abbauvorgang haut ein Erz raus also das stinknormale Buryl Erz wäre das dann wie dem Eisenerz oder was weiß ich Erz ja genau weil die hauen da das müsste dann ein Buryl Erz das heißt das wäre ja der Schritt hier muss ich mal ganz kurz was testen oh sorry der macht 3,3 achso das heißt mit der Produktivität könnte man das theoretisch ich muss jetzt nochmal steigern also warte mal ich muss jetzt mal mein Spielding da wieder rausnehmen das heißt also wenn ich ein Speedding rausnehme dann steigt das tatsächlich noch an irgendwie noch bessere Effektverteilung irgendwie noch bessere Effektverteilung ja wir kommen sie aber ich habe keine Ahnung ob die auf den normalen Weltplaneten auch platziert werden können das ist das Problem und der kann dann 15 15 Plätze oder 20 beim Upgrade 14 Felder Reichweite aber hat die gleichen Effekte dass du halt wenn du mehr als ein Rand sitzt pro Maschine das ist überlastet da muss man dann halt ein bisschen besser aufpassen so was bräuchten wir denn oder was würde uns jetzt fehlen zum Beispiel zu den was werden die nächsten wissenschaftspakete die energiewissenschaftspakete wahrscheinlich ne also ich kann ja mal zusammenfassen wir sind an dem Punkt wo alle wissenschaftspakete auf dem gleichen Stand sind also nach Raketenpaket sind alle am selben Punkt das heißt es ist nicht wirklich das das erste das das zweite da hast du halt dann so Prioritäten musst du dann setzen danach was du als erstes erforscht wenn es zu proben es gibt zwar die dunkelblauen sind am einfachsten herzustellen und ohne auf andere Planeten zu gehen also hätte ich die in Anführungsstrichen als erstes gesagt die produzieren wir ja auch schon und dann äh muss ich einmal kurz gucken die dunkelblauen die äh dunkelblauen ja da haben wir auch schon mit geforscht ich weiß nur nicht ob hier äh labore oben auf dem orbit aktuell funktionieren könnten weil ich greife aber auch mal zwischendurch weggerissen hatte ja ich hab bei gelb welche weggerissen weil äh du ja dingstens geforscht hat das Roboterzeug und wir die Flaschen oben nicht unbegrenzt haben von den gelben mhm blau haben wir oben aktuell schon produziert äh wie können wir so ohne produzieren könnten wir aber halt mit äh dein berühmplatten strecken dass wir ich glaub viermal so viel oder irgendwie sowas die Rechnung rausbekommen würden für die grünen Flaschen brauchen wir Vitamillage oder hellgrün oder was weiß ich wie du es nennen willst mhm für die äh ja pink lila holmium und für die äh orangenen brauchen wir iridium also iridide und dann hast du halt immer die nächste überlegen Stufen die bauen aber nicht auf den anderen Flaschen auf im Normalfall das heißt wenn du die dunkelblauen Stufe 1 hast solltest du im Normalfall größtenteils nur mit den 1ern schon zu den 2ern kommen können mit den 2ern solltest du im Normalfall fast alleine ohne irgendwas zu den 3ern kommen ja das heißt theoretisch wäre das Optimalfall wieder mit lang zu nehmen oder naja es kommt drauf an was du halt äh erforschen willst ne wenn du bessere Module willst ist Vitamillage das was am besten ist ja zumindest bei Speed und bei äh nicht bei Speed bei Produktivität bei äh Effizienz wärs äh die pinken die gelben Dinger machen wir oben schon oder? ne wir machen äh dunkelblau dunkelblau das sind äh die dunkelblauen sind eigentlich nur dafür dass deine Rakete besser fliegt und die Welterkundung so ungefähr und dann halt noch bessere Maschinen für die dunkelblaue hauptsächlich denk ich mal sind das und halt auch generelle Maschinen sind dabei alles doch aber am schlauesten ist gibt es glaube ich hier nicht so richtig hundertprozentig da kommt es halt darauf an was du haben willst so also von der Theorie her wärs vermutlich nicht mal ungünstig zu sagen dann auf das Raumschiff irgendwie zu versuchen hinzukommen das ist aber halt den dunkelblauen Strang noch ein bisschen lang forschen weg so ungefähr dass du dann halt zu den 2er Paketen von dunkelblau kommst und dann zu den 3er Paketen und dann kommst du auch schon zum Raumschiff ok das wäre ja strategisch gesehen glaube ich gar nicht mal so schlecht pappt sondern noch nicht mit dem gespielt aber ich kann mir ja vorstellen dass das halt ein wandelndes Ding ist was dir halt äh relativ gut helfen könnte kann ich mir zumindest vorstellen ich habe damit noch nie gearbeitet also keine Ahnung mhm aber im Endeffekt hängt das alles davon ab was du forschen willst worauf man als nächstes gehen sollte muss was weiß ich für Speed also wenn du auf Modula halt das Auge wirfst hast du halt Orange für das eine für Speed Grün für Prot und äh Pink für Grün also eh wie Modula also danach kannst du dich glaube ich für kaum richten so ungefähr außer du willst halt Speed oder Prot nur speziell haben wobei wir glaube ich genug Iridit oder Iridium schon auf unseren beiden Planeten zusammen haben könnten aber das ist die große Frage aber das ist die große Frage aktuell macht es aber auch glaube ich keinen Sinn zu sagen äh man fängt noch mal einen dritten Planeten nebenbei bauen an oh ich habe keinen Strom mehr toll und ich habe kein Flüssiggas mehr gesagt bitte was wie hast du das geschafft ich glaube ich sollte noch ein paar äh Leichtumwandlungen mehr bauen ich glaube da fehlen sowieso noch ein paar und das was ich bis jetzt glaube ich gesetzt habe ist grob für das äh was ich an äh äh was ich an äh äh Chemiefabriken nur stehen habe ok 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 so ein Problem was ich habe ist gleich dass ich mir gleich eine Rakete gefühlt nicht so viel wirklich drin schicken kann oder muss außer ich äh baue jetzt eine Treibstoffding ja du kannst ja ein bisschen Kohle reinschmeißen oder sowas richtig das ist die einzige Option die ich sonst habe das wäre schneller und einfacher ja aber es gibt glaube ich auch noch ein zwei andere Sachen die ich brauche aber da muss ich gleich mal gucken aber frühestens in der nächsten Folge sind wir am Ende der Folge angekommen ja ok tschüss tschüss äh 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 äh